Auf dem Bildertisch hat mir den ganzen Rücken aufgescheuert. Hi Keg, geil, dass du da bist. Frankie, wie ist es? Alles easy und entspannt, Alter. Ich hab da was für dich, aber guck dir erst mal um. Das ist ein Bierbärchen, wirst du da unten nicht gebraucht? Nee, diese Woche geht nicht. Ja, da guck ich mal rum. Alter, lauf mir nicht weg. Du bleibst hier. Ich bin gleich wieder rum, okay? Klar. Keg, hast du vielleicht selbst den Film ausgeliehen? Oh Gott. Hier, du hast den Film selbst ausgeliehen, schon seit drei Monaten. Ach shit, du, da musst du ja irgendwo bei mir zu Hause rumfliegen. Bring ich dir morgen vorbei. Habt ihr was Neues? Ähm, muss alles bei Neuheiten stehen. Nee, nee, hier, lass mal, Chi-Chu-Chong. Die Brüder sind geil, den nehm ich. Gibst du mal deine Garte? Klar. Hier, Alter. Eingelocht. Hat deine Fickereien wieder? Aber das war vom Feinsten. 90 Minuten Hardcore. Echte Gefühle. Bin ich da auch drauf? Nee. Rat mal. Nee. Ja. Nur ich. Sag nichts, guck ihn dir an, ne? Guck's dir an. Ich bin der Geilste. Glaub's mir. Woher bIDS?